Ah, hier ist der Mutter. Och nein. Das ist nix schon wieder. Kann ich in das Messer nicht mehr mit? Ach, Stufe 25. Willst du Lust, mich zu beschützen? Ja, warte. Bist du. Oh, oh, boah. Ach so, warte mal, ich hab ein Upgrade. Und was ist denn das bei dir, dass du dich umfällst? Ach, bei Raserei logischerweise, ne? Hm, ganz rechts. Raserei, zweite Reihe, ganz rechts. Ja, geil, das hab ich auch. Kann bei Raserei nicht wieder geschlagen werden. Das baue ich mir auch rein. Das kann ganz praktisch sein. Ist uns ja bei Teil 1 immer so oft passiert, ne? Hier ist auch ein Ding, ist noch eine Kiste, oder? Machst du mal auf. Ja, die geht bei mir nicht auf. Eine Schaufel. Bei mir ist da ein X, ein rotes X. So kann ich das nicht nehmen, weil... Du ist... Inventar voll? Oh, warte mal. Kannst du jetzt mal hier irgendwie eine Tür mal finden, oder was? Ist... Ja, mein Inventar ist voll, jetzt wo du sagst. Ähm... Ihr Morgenstern ist langweilig. Ich mach mal hier auf, bis du da mal dazu kommst. Du hast mich gefragt, ob das Ding voll ist. Ich hab dich nicht gefragt, ich hab gesagt, du bist doch doof, guck hin, da steht, dass der Inventar fällt. Das war nicht gefragt, das war darauf hingewiesen, dass du doof bist. Das hast du nicht gesagt, das ist eine Lüge, das halte ich jetzt mal für ein Gericht. Das ist unbedingt die Richtung. Äh, boah. Ich laufe hinterher, ich bin unfassbar, äh, un... Äh, nicht wirklich... Ich muss ja gucken, weil wenn du runterfällst, ist das Ding ja weg, ne? Mal an. Äh... Äh... Scheiße, hier geht's nur runter. Pfff... Wir müssen hier runter. Okay. Ach, was ist denn hier? Eine Hammer! Hast du ihn schon? Ja, ne? Mann. Da hinten gehst du lang. Ja? Ach, ja, ich hab den Motor in der Hand. Geh den... Geh den... Den sicheren Weg. Hä? Ach so. So, hier. Geh den den... Den Weg, wo vielleicht keine Zombies kommen. So, da hast du dein... Bootmut. Ich kann nicht springen, ne? Ich springe. Und? Da? Äh, genau. Fährst. Du fährst. Du fährst. Ähm, da ist was hier so. Da ist was hier so. Guck mal hinter dich. Ich kann dich ja noch nicht gucken. Ja. Nee, da ist schon ein Spuckvieh. Gib einfach Gas. Hier sind ganz viele Zombies, Alter. Ich weiß nicht wohin. Fahr einfach. Das wird schon richtig sein. Guck mal auf die Map. Vielleicht sagt die was. Äh, wir müssen nach oben. Ja. Kann man da auch irgendwie außenrum fahren? Ich seh unseren Punkt gar nicht. Ich kann doch gerne wieder umdrehen. Ja. Im roten Buff. Benutze das Boot, um einen Weg durch den Dschungel zu finden. Ja, ja. Ach, da unten ist unser Boot. Ja, gerade durch. Immer, immer. Gerade. Wie, gerade durch? Ich freu jetzt gerade wieder zurück. Das lässt sich hin. Links, 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 links. Achtung, du musst dich wehren. Ich kann nur eins. Entweder Karte gucken oder wehren. Also jetzt wieder hier unten durch, oder was? Nein, nein, genau falsch rum. Rechts durch praktisch jetzt. So und da durch irgendwie. So, da und jetzt links irgendwie. Links rum. Hier links. Da durch, da durch, da durch. Aaaaah. Ich gucke ja immer auf die Map. Ja, genau. So, dann müsste jetzt eine Brücke kommen. Gleich. Nach rechts oder links? Das geht nur gerade raus. Nee. So ein Weg. So, hier geht's nicht weiter. Oder? Doch, rechts. Ja, ist richtig. Ist rechts. Rechts. Ja. Aber so ein Fisch hier. Du bist still fertig, ne? Das weißt du. Wie? Wie? Ja, deine Anarchie, die stinkt immer weiter. Ja, ich muss rechts rum. Ja, ich muss rechts rum. Kann ja nur... Ja, hier ist aber vorbei, ne? So. Guck auf die Map. Jetzt nun mal nicht weiter. Ja, wir müssen doch aber oben zu dem Bootslager schwimmen. Müssen wir außen rumlaufen fahren. Komm wieder rein, ey, 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 ey. Ey, nein, gib Gummi. Deshalb, das bringt nichts. Ich kann da nicht drauf hauen. Das bringt überhaupt nichts. Du bist noch nicht mal hinten. Ja, dann... Komplett... Ne, das ist falsch rum. Das ist komplett falsch. Fahre mal komplett... Das ist jetzt komplett wieder... ... den ganzen Weg zurückfahren. Du musst nicht nämlich die Wasserwege legen, so nett. Aber ich will jetzt mal kurz kurz. Aber andersrum geht's nicht. Ach, stimmt. Guck auf die Tage. Stimmt, du hast recht. Wir müssen da hin. Geht nicht anders. Na da, aber anders geht's nicht. Wir müssen dann lang laufen. Ja. Wie soll ich halt, ja. Eine andere Sattgasse. Wenn ich jetzt will, erst mal verrücken. Lass ihn erst mal explodieren. Der ist noch ein bisschen komisch gebackt. Also ich muss echt sagen, das Spiel hier, das ist viel schwerer als der erste Test. Ja, so ist es. Klar. Weil die Zombies echt... Upgrades stehen zur Verfügung. Das ist für eine coole Hölle. Was ist denn jetzt kaputt, Alter? Was denn? Gefällt mir hier nicht. Gefällt mir hier nicht. Gefällt mir so überhaupt nicht. Wie? 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 Wo? Zum Beispiel halt. Und alle Sattissen hier, alter? Kannibalen? Warte, warte, ich komm zu dir. Ich hab Dings. ich hab hier und Dings äh, hier Rage Aua! Geht dann schnell! Ne, komm her! Hahahaha, sieht wie das an, Alter, das sieht aus! Die Schilder zum Sammeln! Da oben! Oder kommt man wieder rein? Du wolltest ja unbedingt hier rein! Ui! Verpisst euch! Verpisst euch! Ich bin einfach drinnen! Alter, mein Dings ist stumpf, Alter! Wie Sau! Nehmen, was ich will! Alles stumpf! Hier wahrscheinlich auch, oder? Ja! Daubland! Was ist denn hier drinnen? Schwacher Beustenschläger! Daubland Gift! Jo! Beustenschläger! Beustenschläger! Du hast viermal Alkohol, Alter! Du hast viermal Alkohol, Alter! Was? Hahahaha! Was nimmst denn du alles mit Alkohol mit? Nee, 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 nee! Komm, ich sauf die jetzt alle zusammen! Ich hab dreimal Alkohol! Na, ich heb den auch vielleicht! Weil, das zeigt mir jedes Mal so ne Hand an! Das heißt, irgend einer braucht das ja! Bestimmt! Na dann lass es, weil ich, ja... Ach! Hm! Sauf doch auch mal eben! Komm, ich geb dir ein paar Flaschen, sauf doch auch mal eben! Das ist auch mal Silvich, wenn jemand besoffen ist! Uuaaaah! Doch komm her! Warte, ich muss erstmal was wegschmeißen! Ich geb dir auch ein paar Flaschen. Nee, die, die stacken doch! Hier, der olle Streitkopf, der gibt mich schon ne ewig auf den Sack! Na, das war ja beim alten nicht, ne, dass die stacken! wir haben zwar gesteckt aber irgendwie dann doch nicht nur so kann ich das mit eingelegt oder wie kann ich gar nicht saufen ach so einfach äh so einfach na versuch hast du eine Flasche gesagt du Nase das ist so also auf ich sauf noch eine sauf gleich 3 ja eins 2 wo auch die Reine das ist so die dritte Alter eine kommt noch eine und drei Juiiii Boah, was ist jetzt? Sie ist auf mir gefallen, Alter Prozent Prozent die ist voll die Art ich nehm noch ein ich nehme noch ein ich komme hier noch hin Alter, einsteckst du dich Alter also ab fünf ist zu viel, ja, dann fällt es so um oder ja und dann läuft das voll ich weiß wie das aussieht die ist voll wie rotz guck doch wie die läuft dann ist mir gesprungen langsam beruhigt sie sich wieder komm ich sauch noch mal ein du musst mindestens 5 flaschen saufen du kannst nicht mehr laufen ich hab Tränen in den Augen das hatten wir bei Tat 1 aber nicht ich weiß nicht, so viel hab ich noch nie gesagt doch, ich schon aber die schwankt immer noch jetzt geht's aber wieder ich schwankt immer ich glaube 5 oder 6 waren es ey, das sah aus 3 ja, du bist mir ein bisschen beschwips 4 ach komm, ich darf gar nicht dann kann man anfangen schön dann mach mal so und der letzte noch, kommt der 6. Nummer auch noch hin oh jetzt versuch mal zu laufen, du läufst gegen jede Wand Alter dann fängst du mal zu laufen dann fällts wieder um so jetzt versuch mal zu laufen Lübs gegen jede Wand alter ok ist nix mit Laufen ne Alter die die ich will nicht zu tun wie es jetzt geht um die die Führung Prozent und ich bin 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 doch ich bin ich bin ich bin ich bin um das Ding rum. Oh, wieder umgefallen. Du bist ja auch voll gerotzt, Alter. Weil jetzt was das für Alkohol ist, aber jetzt dürfte es langsam wahrscheinlich wieder gehen. Einigermaßen. Einigermaßen jedenfalls, ne? Naja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon für Zombies stehlen kann. Ach, der passt schon. Ich ging so. Oh, das ist ein Jörlach. Das ist ein Jörlach. Gesellschaftler.